Was geht ab, meine Nachfries? Mein Name ist Sophie und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es einiges, über das wir heute reden müssen, aber ich würde sagen, wir halten das Gerede einfach kurz und schauen gemeinsam rein. Fangen wir damit an, dass circa vor einer Woche Asche sein Album rausgebracht hat. Leider Gottes, wie ich ja schon öfters mal gesagt habe, ist Asches Copyright etwas schwierig. Aber nichtsdestotrotz hat das Album schon gut Welle gemacht, gerade wegen der Seite A. Das Album hat eine Seite A und eine Seite B und die Seite A soll die härtere gewesen sein. Und da hat er einfach Folgendes thematisiert. San Diego tatsächlich Mois seine Frau ausgespannt? Die Freundschaft zwischen Mois und San Diego ging Gerüchten zur Folge wegen eines Liebesdreiecks der besonderen Art zugrunde. So soll San Diego ein inniges Verhältnis mit Mois Frau gehabt haben. Nun ja, ihr wisst schon, sie sollen geämst haben. Das soll auch der Grund für ihre Trennung sein. Das erste Gerücht zu diesem Drama streute vor paar Monaten erstmals bare Spitz. Ein Frust. Genau, da hatten wir das erste Mal das Thema, kam das erste Mal das Thema an die Öffentlichkeit. Ich hatte selber sogar ein Video darüber gemacht und habe dann, weil mir natürlich auch, sagen wir mal, hinter den Kulissen kommuniziert wurde, dass dieses Gerücht daran, dass daran nichts ist, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss man jetzt nicht im Internet großartig durchdiskutieren, weil damals ja noch der Glaube existiert hat, dass Mois in Gewahrsam ist, im Gefängnis steckt und höchstwahrscheinlich abgeschoben wird. Aber es ist nicht der Grund oder dieses Gerücht ist nicht der Grund, weswegen dieses Gerücht wieder an die Öffentlichkeit geraten ist und es durchdiskutiert wird, sondern, da schauen wir gleich ran. Er ist ein illustrierter Beat-Produzent aus dem Hause BBM. Doch es blieb nicht dabei, Mock, der Gerüchte-Hai aus Trabson, hat es aufgegriffen und in mehreren Insta-Stories thematisiert, nachdem Mois wieder mal seine üblichen Psychosen geschoben hatte. Seine Frau ist Mois auch schon länger auch auf allen Social-Media-Kanälen entfolgt. Als wäre all das nicht genug, hat nun auch Rapper Asche Alias der Einser in dem Track namens Turbulenzen, seines neuen Albums, eine Anspielung dazu gemacht. BBM, ihr seid nur ein Vagerbund wie Landstreicher. Erschreibst du diesem Klassenclown einen Text und dann machst du noch Ja, ähm, jetzt erstmal die Frage, was könnte denn überhaupt Asche damit gemeint hat, ey, du hast dem Clown einen Text geschrieben. Das könnte zwei Bezüge haben. Natürlich der erste wäre Keller oder Kochschelle, ne, der damalige Abonnentensong von Mois. Wobei ich aber nicht glaube, dass Asche den Song meint, sondern den Song, wo Mois announced hat, dass er bei BBM gesigned ist. Das war, glaube ich, circa letztes Jahr. So, Asche wirft ihm hier vor, dass Mois gar nicht seinen eigenen Text gehabt hat, sondern San Diego ihm das geschrieben hat. So, dann der Bezug. Wie gesagt, ihr hört schon raus, das Ganze ist halt komplett zensiert. Man geht halt davon aus, dass der Lückenfüller, oder man geht ganz stark davon aus, dass der Lückenfüller BBM, ihr seid nur ein Vagerbund wie Landstreicher. Erschreibst du diesem Klassenclown einen Text? Und dann machst du noch... Oh, diese Leib. Und er dachte auch noch, sei froh, dass du... Und dann, glaube ich, als nächste Zeile rappte Asche. Sei froh, dass ich diese Zeilen zensiert habe. Halt so nach dem Motto, ne, Warnschuss. Weil da scheint irgendwas zu existieren. Da scheinen in den Kulissen Leute zu wachen, zu wissen. Was genau weiß ich aber selber nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass dadurch, dass es natürlich jetzt auch die Runde gemacht hat, dieses Gerücht, dass es natürlich von jemandem so richtig aufgegriffen wird. Ob es stimmt oder nicht, das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt absolut nicht zu sagen. So, das zu dem Thema. Dann hatte er zum Beispiel Zeilen aufgegriffen wie... Wieso macht die Rote Zora so auf Kamerascheu? Dies könnte sich auf Rote Zora eine linksextreministische und radikal-feministische Terrororganisation in Deutschland aktiv in den 1970ern und 1980ern beziehen. Es ist möglich, dass er damit San Diego als Feminin beleidigen möchte. Kamerascheu ist ein direkter Hinweis auf San Diego, da er sein Gesicht zensiert. So, dann haben wir noch ein paar andere Aufgriffe. So, dann zum Beispiel hatte Asche auf seinem Album Der eine Satanist. Bezieht sich hier sehr wahrscheinlich auf UFO 361, den Asche wegen seinem öffentlich ausgetragenen Glauben Satanismus schon öfter gedisst hat. Soll UFO 361 in der Hölle schmoren. Dann, wir werden nie mehr Friends, denn jeder Diss ist ein Leichentuch, das Bu bedeckt wie Pokerspiel-Hands. Homophonie aus Bu bedeckt und Bu... Bu bedeckt. Der Bube ist eine klassische Spielkarte, die auch beim Poker unter anderem benutzt wird, damit die Gegenspieler die eigenen Karten nicht sehen können. Verdeckt man sie. Bu ist ein gängiger Spitzname für Bushido. Was hat der noch hier so? Wer soll dich heute bitte noch ernst nehmen in deinem... Geh mal stark davon aus, dass Asche hier meint, dein Faschingskostüm. In Bezug natürlich zu Bushido, der sein altes Rap-Image als Faschingskostüm bezeichnet hatte. So, haben wir dieses Thema aufgegriffen. Dann, eine Art Eskalation zwischen Omika und Kolja Goldstein. Omika fing an, Montagabend Storys über Kolja Goldstein hochzuladen. Und ich würde sagen, wir schauen uns die mal kurz an. Es fing damit an mit, mach dich gerade, du HS Kolja. Dann, schöne Grüße aus Guadalajara. Okay, also es sind die DMs von Kolja Goldstein geslidet mit anscheinend ein paar Pics. Dann, bring deine Bodycam, du Container-Hengst. Dann schrieb er, hat irgendwie, keine Ahnung, ein Screenshot von Koljas Musikvideo gemacht und schrieb, Ich werde dir 1,9 Millionen mal in der Arsch, hey, hey, du räudiger Köter. Okay. Dann schrieb er noch, niemand beleidigt meine kranke Mutter. Fixt du mit meiner Familie, dann fixt du auch mit... Natürlich gute Besserung an die Mutter, das an erster Stelle. Aber ich habe hier einfach einen ganz anderen Satz erwartet. Dann so nach dem Motto, fixt du mit meiner Familie, fixt du mit mir. Aber er schreibt einfach, fixt du mit meiner Familie, dann fixt du auch mit meiner Familie. Scheiße, ja. Crazy! Dann, das bin ich, das ist mein Gesicht. Ah, zeigt auch, dass er sich nicht scheut. Dann schreibt er, Grüße aus Berlin, bleib gesund. Erst entschuldigen, dann wieder bellen, damit alle Kids denken, du bist der Container-Hengst. Ab jetzt ist deine Promo vorbei. Du blockierst mich seit Monaten, du bist reinste Blamage. Ah, weil ja, Colja ihn ja auch gedisst hat, ne? Stimmt, weil Colja rappte. Du bist ein H*** wie Omik, du bist nichts als Comic, du bist nichts als Comic. Kleiner Puto-Renz wie Sonic, aber was für Eisenbahnstraße. Moko sucht dich seit Monaten, du bist die reinste Blamage. Ich schicke Eis oder Hase nach Leipzig und frage nach dir. Du hast so viel gelabert, aber es ist gar nichts passiert. Daraufhin hat Omik noch geschrieben, Ich war wie ein Bruder für dich. Habe dich gepusht, als dich niemand pushen wollte. Wollte deine Videos drehen, als du ein Toy warst. Selbst meine Beats hast du bekommen. Ich war immer loyal und ehrlich zu dir. Aber du stinkst nach Ratte. Du besitzt weder Ehre noch Stolz. Du wirst nie Freunde finden, weil du alle fickst, du ungerade Stück Scheiße. Erzählst Lügen über mich, um dich groß zu machen. Sobald du Schutz hast, habe ich dir gesagt, fick mich nicht. Aber deine DNA ist Ratte. Dann haben sich auch viele, viele gewünscht, dass wir mal auf die Hörprobe von Kapital Neymar 2 reagieren. Den hat nämlich Kapital vor ein paar Tagen geteasert. Und Neymar, wisst ihr ja, ist einer der All-Time-Deutsch-Rap-Hits. Rein zahlengemessen spielt er ganz, ganz weit oben. Einer der wenigen Songs, die es geschafft haben, über 100 Millionen auf YouTube zu generieren, was Klicks angeht. Und ich wollte euch mit euch einfach mal reinschauen. Erst noch mal eine ehrliche Meinung sagen, weil ich habe ein paar Sachen so mitverfolgt. Und ja, hören wir erstmal den Song hier. Ich führe aber kein Bluetooth, aber ich hörte die Zukunft. Louis Chanel Dior, Gucci Chanel Dior. Louis Chanel Dior, Gucci Chanel Dior. Und fahre so schnell wie nicht zuvor, stell dir doch mal vor. Oh, oh. Ihr kennt die Melodie, der Brotter nennt sich nie. Hinten im SUV, Tupac on likes on me. Tupac on likes on me. Ich weiß, dass sie mich noch liebt. Du bei Bangkok, Paris, käp' hier immer noch tief. Noch ein Gebet, bevor ich... Das ist das Ding, okay. Das war jetzt erstmal der Song Neymar 2. So. Jetzt... Natürlich hört man diese klassische Melodie, gerade von Neymar in der Hook. Hört man hier wieder, wurde wiederverwendet. Wurde etwas abgeändert. Aber erstmal ist mir aufgefallen, dass Capital sehr, sehr selten Teil 2 gemacht hat. Also er ist kein Fan von Teil 2 oder aus Songs, eine Art, sagen wir mal, Nachfolge machen. Oder sogar eine Trilogie. Hat er fast nie gemacht wirklich, wenn man ehrlich ist. Und das wäre das erste, eine der ersten, wo er so eine seiner größten Songs pickt und daraus einen Teil 2 macht. Wie hört sich das für mich an? Um ehrlich zu sein, ich bin ehrlich, noch nicht relativ, also für mich noch nicht wirklich vielversprechend. Es wirkt erstmal nach so einem Hype-Move, ne. Etwas, was man weiß, was funktioniert hat, wieder aufzugreifen. Und für mich hört sich das noch nicht originell an. Das heißt, dass ich sage, ah, deswegen hat er den Teil 2 gemacht. Deswegen ist das jetzt rein musikalisch gesehen, sehe ich einen Mehrwert im Teil 2. Außer, dass man sagt, ey, das ist vielleicht schon ein Spotify, klassischer Spotify-Track, den jeder klicken wird. Außer diesem Faktor sehe ich jetzt noch nicht, sagen wir mal, das Ding, wo ich sagen könnte, wow, rein so vom Hörklang. Jetzt verstehe ich, warum der einen Teil 2 dazu gemacht hat. Das habe ich bis jetzt hier nicht. Bin ich ehrlich, bin ich komplett transparent. Für mich bis jetzt noch nicht wirklich eine vielversprechende Hörprobe. Jetzt natürlich auch die Frage, die sich so viele gestellt haben. Und zwar ist auf diesem Track Ufo361. Denn der erste Track war mit Ufo361. Und viele haben auch gedacht, dass vielleicht die letzten zwei Zeilen vielleicht Ufo361 gewesen sind, weil sie sich auch schon irgendwie ähnlich so wie er gehört hat. Die Antwort darauf, okay, die Antwort darauf ist, wir gehen mal ganz kurz die Instagram-Kommentare durch. Weil da hatte, glaube ich, auch Kapital auf diese Frage sehr oft geantwortet, dass Kapital, dass ob Ufo361 auf Neymar 2 ist. Hier erstmal, also, das hat nicht, dann erstmal Kritik, das hat nichts mit Neymar 2 zu tun. Dann schrieb darauf Kapital, Neymar hat auch nichts mehr mit Neymar von damals zu tun. Dann als nächstes, als ich jeden in meiner, da meinte jemand ohne Ufo361 wird das halt kein Hit. So, dann schrieb Kapital. Als ich jeden in meiner Primetime-Feature gegeben habe, haben viele vergessen, jetzt schreiben die nicht mal mehr zurück. Und das geht an 80% an euch. Rapper, wie abgehoben seid ihr geworden? Geld und Fame ist nicht alles. Allah ist der Größte, kommt mal wieder von euch, kommt mal wieder zu euch. Ihr seid nicht Michael Jackson. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe noch nie jemanden abwertend behandelt oder dachte, ich wäre was Besseres. Dafür kann ich kopfhoch auf Straße laufen und muss nicht mich verstecken wie ihr. Also Kapital merkt an, dass 80% von denen, die er nach Zusammenarbeit gefragt hat, nicht mehr zurückschreiben. Was schon meiner Meinung nach ein bisschen krass ist, um ehrlich zu sein. Weil eins muss man festhalten bei Kapital und das stimmt 100% in seiner Primetime, hat er mit jedem Musik gemacht. Mit jedem, ob klein oder groß. Und klar, es gibt natürlich gewisse Leute, die, wenn man oben steht, natürlich auch nur kooperieren werden, wenn sie das Gefühl haben, sie haben genauso viel was wie ihr Kooperationspartner. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt einige genug Leute, meiner Meinung nach, denen schon etwas schuldig sind, wenn es darum geht, einfach den Gefallen wieder zurückzuzahlen. Indem die auf sein Album hoppen. Aber ich hätte das niemals gedacht, dass Kapital in so eine Situation mal gerät. Dann. Bra, ja, die Jungs sind krass, aber Neymar ist so Legende, dann kommt sowas. Dazu kommen wir gleich. Er schreibt, warum muss unbedingt einer drauf, der Millionen Follower hat? Lieber nehme ich zwei junge, sportliche, hungrige Burschen auf den Song, statt irgendwelche Divas, die jeden Schritt in der Kamera planen? Ich bin schon immer ein spontaner Typ gewesen. Ich mache das, was mein Herz mir sagt, nicht das, was ein Krawattenträger für mich plant. Also, ich habe das Gefühl, dass Kapital schon irgendwie Bock hatte, das Ding mit Ufo zu machen. Gehe aber jetzt von den Antworten davon aus, dass ihn Ufo einfach nicht mehr zurückgeschrieben hat. Mach doch einfach bitte wieder Musik wie früher. Wir vermissen den alten Kapi. Einfach wieder aggressiv rappen. Jetzt erstmal Sommer. Boah, da muss ich tatsächlich sagen, das ist einer der schlimmsten Kommentare. Und als Künstler würde ich jeden einzelnen hassen, der mir sowas in die Kommentare schreibt. Immer dieses, der Alte, der Alte, der Älter, Älter. Wow, 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 das ist so roboterhaft mittlerweile geworden bei vielen Fans, dass wenn sie etwas nicht mehr feiern, immer dieses, boah, der Alte war so viel krasser. Aber zu einem gewissen Grad ist das ein ausgelutschter Satz. Dann weiter. Hört sich richtig gut an, wenn man auf lautlos hört. Standardwitz, der war vor vier, fünf Monaten gut. Auf TikTok überlegt ihr was Neues. Bra, ja, die Jungs sind krass, aber okay. Dann hören wir uns erstmal an, wer denn überhaupt auf dem Track sein soll. Ich mach Feuer, Feuer und hör die Melodie wieder von Neuern, Neuern. 300 Kamer, Blitzer, Foto, es wird teuer. Aber wir haben doch alles geteilt, weil unser war euer. Und der Richter zeigt mit seinen Winger auf uns, weil wir laufen mit neuner Hand. Gestern noch kaputt in Ix, bin in Holland. Ich bring den Scheiß rüber. Ich seh, seid Scheißlügner. Das ist Spinn, ey. Das sind drei Brüder. Es hat sich, also, wie gesagt, ich bin, was Musikreactions angeht, schon sehr, sehr, sehr frontal und direkt. Und das ist nicht Neymar 2 würdig. Auch wenn es am Ende des Tages eine coole Idee ist, zwei sportliche Kerle auf den Track zu nehmen, die bis jetzt noch keiner kennt, und denen diese Plattform Möglichkeit zu geben. Aber nichtsdestotrotz ist man schon, wenn man so einen Track nimmt, so ein brachiales Ding, ne, und daraus ein zweites Teil macht, sollte man schon das Ganze so, ja, so, sagen wir mal, gestalten, dass es, ja, dem Ganzen ebenwürdig wirkt. Und wenn man dann das Ganze nicht mit UFO 3, 6, 1 machen kann, dann macht man das halt einfach vielleicht auch als einen, einfach nur mit sich selber. Oder man nimmt sich jemanden, der vielleicht so die, ja, es gibt keinen, der wie UFO 3, 6, 1 klingt. Aber, es gibt Leute, die vielleicht über sich hinauswachsen könnten und doch vielleicht auf Neymar 2 gut abliefern könnten. Aber das, ich weiß nicht, also, ich lasse mich überraschen, ne, wenn es rauskommt, hören wir uns an, werden unsere ehrliche Meinung sagen. Und wenn es besser ist, als wir gedacht haben, dann werden wir das genauso sagen. Aber jetzt, der erste Eindruck, die Höreinproben, würde ich erstmal sagen, erwartet uns jetzt nichts Besonderes. Das ist erstmal der erste Eindruck. Aber man lässt sich überraschen bei sowas. Das war's von mir. Vergiss nicht, mein Video zu hacken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace.